Ja, wir haben uns alle versucht, uns das vorzustellen, dass einfach die Halle am Freitag brennen wird. Also mir persönlich hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind zwar jetzt hier in Stuttgart, aber so direkt kann ich mir das noch gar nicht vorstellen, dass am Freitag wirklich das Heim-Publikum dann auch hier vor Ort sein wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich kann nicht klagen. Also ich habe mir ein gutes Gefühl holen können und ja, es lief eigentlich ganz ordentlich. Atemberaubend. Also super groß, super toll aufgebaut und Vorfreude ist da auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. You gotta be my someone You gotta be my someone You gotta be my someone Das macht uns natürlich auch wahnsinnig stolz, dass wir so viele Fans haben, die uns unterstützen.